Freudenberg – Innovating Together Ich bin der Philipp Fiedler, ich mache hier bei Freudenberg eine Ausbildung zum Industriemechaniker und bin im zweiten Lehrjahr. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich seit vielen Jahren an professionellen Mountainbikes schraube und für mich festgestellt habe, dass es mich mit Glück erfüllt, wenn diese im Nachhinein wieder ohne Probleme funktionieren. Freudenberg garantiert mir als Arbeitgeber eine solide Ausbildung und gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und somit kann ich mit einem guten Gefühl in meine Zukunft gehen. Ich bin Theresa Funk und mache die Ausbildung zum Industriemechaniker. Industriekauffrau bei der Firma Freudenberg in Rehmagen. Ich habe mich für die Firma Freudenberg als Ausbildungsbetrieb entschieden, da es ein innovatives Unternehmen ist und die Ausbildungsübernahmchancen sehr hoch sind. Das gute Betriebsklima war für mich ein weiterer ausschlaggebender Punkt, die Ausbildung hier zu absolvieren. Ich finde es sehr positiv. Ich bin der Marius Lohsen, lerne im zweiten Lehrjahr den Beruf des Zersparnungsmechanikers bei Freudenberg in Rehmagen. Über Freudenberg habe ich durch Bekannte und Freunde viel Gutes gehört. Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Freudenberg und dann stand für mich fest, da will ich hin. Bestärkt wurde ich in meiner Entscheidung, als ich die top ausgestattete Lehrwerkstatt samt großem Maschinenpark sah. Ich bin Kevin Zankl und bin im dritten Lehrjahr. Ich mache eine Ausbildung als Mechatroniker aus dem Grund, weil es die elektrischen und die mechanischen Berufe verbindet. Ich mache meine Ausbildung bei Freudenberg, weil es eine große und internationale Firma ist, die mir viele Möglichkeiten für meine Zukunft bietet. Ich bin Alexander Groß, technisch-gewerblicher Ausbildungsleiter. Ich arbeite gerne in unserem jungen Team, übernehme Verantwortung für unsere Jugendlichen und die Teammitglieder. Ich bin Peter Pratek und ich habe von 2002 bis 2006 meine Ausbildung zum Mechatroniker hier bei Freudenberg absolviert. Nach meiner Ausbildung habe ich ein Maschinenbaustudium begonnen, dessen Abschluss zum Bachelor of Engineering mich letztendlich wieder zu Freudenberg zurückgeführt hat. Und seitdem bin ich auch wieder im Unternehmen tätig, in der Qualitätssicherung. Ich bin Adnan Reda. Ich bin seit neun Jahren im Unternehmen und arbeite in der Qualitätssicherung. Ich habe damals meine Ausbildung hier abgeschlossen zum Industriemechaniker, war danach zwei Jahre in der Fertigung, habe hier in der Produktion gearbeitet, nebenbei mein Fach habe ich auf der Abendschule gemacht, habe danach mein Studium angefangen 2014 und arbeite seit 2015 in der Qualitätssicherung. Das war eine Ausbildung hier in der Realität. Aber nun hat am du also mit den Duasot Rutleich herausge sea Heart, aber ich habe hier in der prophets, die Bereitssicherung cefarbringt. Vielen Dank.